Und natürlich geht es um Content Qualität und dieser Punkt der Content Qualität, der wird tatsächlich in naher Zukunft noch wichtiger, als er heute schon ist. Wir reden ja aktuell, wer mit seinem Produkt Content ranken will bei Google über den sogenannten Helpful Content und Google will sich ja neu erfinden, will einen Schritt weiter gehen. Also die Frage Content Qualität, wie muss die aussehen, dass sich da noch stattfindet bei Google im organischen Bereich, also wenn es nicht ums Bezahlte geht. Gerade in der Produktkommunikation geht es ja darum, dass das Ganze skalieren muss. Also wir brauchen Qualität in einer hohen Skalierung, da hat dreieinhalbtausend Produkte, da sitzt ein Texter, selbst wenn er jeden Tag zehn Produkttexte schafft, braucht er ein ganzes Jahr, um das Produktportfolio zu aktualisieren. In Deutsch, das heißt zehn Texte pro Tag, kein Urlaub, 360 Tage durcharbeiten, dann sind die dreieinhalbtausend Produkte auch tatsächlich durchgetextet. Also diese Skalierung ist ein Riesenproblem und dabei eben genau diese geforderte Qualität zu erfüllen. Was wird wichtig oder was ist schon wichtig? Die Fragen der Strategien, also wo gehen wir denn tatsächlich hin, wenn wir uns jetzt die Situation mit dem AI Act anschauen und mit Google anschauen. Google schreibt den Durchschnittskontent selbst, da die Produktkommunikation muss best in class werden. Also der eine Tipp, wie ich den Rucksack richtig packe für Kinder, der gehört zu dem Rucksack dazu, dass eben schwere Sachen nah an den Rücken kommen und leichtere Sachen nach außen beispielsweise. Es reicht nicht zu sagen, der Rucksack hat eine Wassersäule von 4000 Millimetern. Was bedeutet diese 4000 Millimeter? Wie viele Stunden kann das Kind sich im Rucksack verstecken, bevor es nass wird? Also gebt mir einfach mehr Details, mehr Informationen, Tipps, die über das Produkt hinausgehen dazu. Beschreibt mir einfach Dinge, die mir helfen zu verstehen, was euer Produkt wirklich kann und wie ich es am besten nutze. Das könnte ein Aspekt sein. So, LLMs schreiben auch Durchschnittskontent. Da kommt nichts Neues dazu. Warum? Weil wir Milliarden von Seiten indiziert haben, wo Informationen drin sind. Und jetzt stellt euch mal vor, ihr fangt jetzt an, Rucksäcke und Packtipps irgendwie zusammenzuschreiben und produziert damit 500 Seiten. Diese 500 Seiten sind wie ein Tropfen auf einen heißen Stein innerhalb eines LLMs. Ihr werdet diese bisher indizierten Seiten und die Seiten, die helfen, dass die Antworten so gut sind von JetGPD, wie sie eben sind, werden eure 500 Seiten 0,0001 Promille ausmachen und keinen Einfluss auf die Antworten von JetGPD erreichen. Und dieser Durchschnittskontent ist nicht neu, sondern es ist eben das, was schon dasteht. Es ist nicht kreativ, weil Packtipps noch nie dazu geschrieben wurden, wird auch LLM, ein LLM, diese Packtipps nie dazu formulieren. Also diese Erwartung, boah, aber mit JetGPD 12 haben wir dann, da kannst du es bestimmt. Nein, weil eben dieser Textkorpus nicht da ist. Niemand hat diese Tipps geschrieben, diese kreative Idee, wie mache ich das richtig, beziehungsweise in so einer kleinen Anzahl, dass es im Sprachmodell eben entsprechend gering und selten angewendet wird. Also die Hoffnung, dass da guter Content rauskommt, ist halt echt niedrig. Was sind denn das für Ideen, die wir nutzen könnten, um für Google SGE Inhalte zu generieren, die dazu führen, dass unsere Seite erwähnt wird in dem SGE-Kasten? Wie könnten wir denn da reinkommen in dieses Google SGE-Ergebnisfeld? Und dazu habe ich mal fünf Methoden nochmal schnell zusammengestellt. Saisonalität ist ein ganz wesentlicher Punkt. Und ja, auch Produkte, denen man keine Saisonalität direkt zurechnet. Also ich würde sagen, eine Winterjacke, klar, die hat eine Saisonalität, aber selbst eine Pfanne hat eine Saisonalität. Wir haben hier im Sommer vielleicht knusprige Croutons und im Winter eben die ideale Pfanne für einen Kaiserschmarrn als Beispiel. Also wirklich überlegen, kann ich so eine Saisonalität in den Text bringen? Kann ich dadurch eine Varianz im Text erzeugen? Kann ich in Bezug zur Jahreszeit herstellen, die Google so interessant findet, dass mein Content zitiert wird und in Google SGE stattfindet und mit dem Zitat auch mein Link eingebunden wird in dem Google SGE-Kasten. Das Ganze ist mein Content noch frisch. Also wir haben zum Beispiel Verbesserungen am Produkt durchgeführt. Das Fahrrad hat jetzt mehr Gänge oder das Fahrrad hat eine bessere Bremse. Dann muss ich das sehr schnell auch kommunizieren. Und zwar nicht nur in der Übersichtstabelle. Das hat vielleicht bisher gereicht, sondern jetzt muss ich wirklich sagen, 18% bessere Bremsleistung oder umgerechnet statt 10 Meter Bremsweg nur noch 8,20 Meter oder so ähnlich. Und konkret sagen, worum es geht und das ist die neue Bremse und das dann entsprechend reinformulieren. Dann wird das auch zitiert. Also dieser neue, kürzere Bremsweg, 1,80 Meter aus Tempo 30, weniger Bremsweg bei einem Fahrrad. Das ist etwas, was Google dann sicherlich statistisch unterscheiden kann. Dann sagt, das habe ich noch nie so gelesen. Und diese Dinge dann zitieren und einbinden wird in dem Google SGE-Feld. Und das wird die Anforderung sein an diese neue Art der Produktkommunikation, die ich zumindest erwarte. Preis. Wir haben natürlich bisher den Preis nie argumentiert. Das ist ja klar. Jeder hat gesagt, einen Produkttext mit Preis schreiben. Da muss ich ja jedes Jahr 15 Mal an das Produkt hinfassen. Ja, das stimmt, wenn ich es manuell mache, wenn ich es mit LLM mache auch, weil da muss ich prüfen, stimmt der Preis, ist alles richtig, den Text nochmal korrekt zu lesen. Wenn ich es aber über ein Data-to-Text-Modell automatisiere, dann kann ich eben bei dem Surf-Anzug sagen, der 300 Euro kostet. Das ist ein super Allrounder. Und in dem Moment, wo dir selbe Anzug im Preis gesenkt wird auf 130 Euro, kann ich sagen, der Preis-Leistungsknaller oder der Preis-Leistungssieger und kann dann eben auf die Details eingehen, die dieses Produkt plötzlich, nämlich die Art der Nähte hier in dem Beispiel, wirklich zu einem echten Preis-Leistungssieger machen. Und auch das würde von Google SGE statistisch gegen alle anderen Anbieter verglichen werden. Und der, der eben so einen kreativen Ansatz wählt, das wird etwas sein, was ich zitiere. Das ist das, was ich weitererzähle. Und so müssen wir, glaube ich, auch bei Google SGE drüber nachdenken. Wäre das etwas, was ein Freund von mir, wenn ich es ihm sage, weitererzählen würde. Hey, da gibt es einen Surf-Anzug, der hat so geile Nähte und die haben den runtergesetzt auf 130 Euro. Den musst du dir angucken. Oder würde ich sagen, der ist runtergesetzt auf 130 Euro. Also die Begründung dazu, warum du es angucken sollst. Und dann geht jemand da hin. Ich glaube, das ist ein guter Gradmesser für uns, ob der Inhalt für SGE spannend genug ist. Wenn ich es weitererzählen würde, glaube ich, ist er spannend genug. Und dann kann ich es auch entsprechend kommunizieren. Aktualität der Produktbeschreibung, Retourengründe verhindern. Das ist ein ganz wesentlicher Punkt. Die Retouren. Ich habe, es entwickelt sich eine Retoure für ein Produkt in einer ungewohnt hohen oder schnellen Art. Ja, also ein Produkt ist zu klein offensichtlich. Oder die Größe, die wir draufschreiben, entspricht nicht der Realität. Die Kunden nehmen es als zu klein wahr. Dann muss ich eben sehr schnell reagieren. Und genau das gilt dann auch für SGE. Achtung, dieses Produkt fällt zu klein aus. Das ist ganz sicher ein Hinweis, den Google spannend findet, weil sie wollen die beste Produktsuchmaschine der Welt werden. Sie müssen sich gegen JetGPD und gegen Amazon werden. Und das sind alles Dinge, die Amazon so nicht machen wird. Das kommt nicht in der Suche. Natürlich habe ich bei Amazon, wenn ich das Produkt aufmache, eine entsprechende Größentabelle und kann nochmal reingucken. Und dann steht da auch, bei dir müsste Größe 44 passen oder Größe, weiß ich nicht, 52. Aber Google hat das eben nicht. Und Google sucht seinen Weg mit Hochdruck und mit allem Geld, was Google zur Verfügung steht, wird das gerade vorangetrieben. Und wenn wir da weiterhin Punkte machen wollen und müssen, weil es aus Businessgründen für uns relevant ist, dann wird das ein Thema sein, mit dem wir uns eben auch entsprechend beschäftigen müssen. So, letzter Punkt. Gesellschaftliche Veränderung im Content einbringen. Auch das könnte ein guter Ansatz sein. Umweltverträglichkeit, Langlebigkeit, Lebensmodell, Frage der Sicherheit, Hygiene und Liefermöglichkeiten. Wie wird geliefert? All das sind plötzlich Dinge, die wir in den Produktbeschreibungen nochmal viel stärker einbinden könnten. Und damit auch nochmal bei Google SGE so eine Zitatmöglichkeit hätten, so eine Einbindungsmöglichkeit hätten unseres Produktes, weil wir eben auf diesen Teilaspekt dieses Produkts eingehen. Und wenn der Suchtrend groß genug ist, ja, Recyclingfähiges Fahrrad, ich konstruiere jetzt bitte was, ja, oder E-Bike-Recyclingfähig oder E-Bike-Akku-Recyclingfähig-Hersteller-Fragezeichen, dann ist es wichtig, dass wir solche Dinge eben und solche Informationen auch mit einbauen und die eben nicht einfach links liegen lassen. Und Hygiene und Sicherheit, seit der Pandemie spielt auch das plötzlich eine Rolle. Also es gibt schon Trends, die gesellschaftlich sehr schnell greifen und wo ich mit einer Automatisierung auch sehr schnell Bonus machen könnte und Punkte machen könnte, um mein Produkt weiter in den Vordergrund zu spielen. Ich verstehe.